herzlich willkommen zu 55 zu einem weiteren modulo und zwar schauen wir uns heute skiregion hochziehen nach von johannes an der mode ist in diesem verlinkt könnte ich gerne aus dem steven workshop downloaden wir beginnen direkt mit dem pistenplan das ist der pistenplan wir haben insgesamt 14 pisten ein snowboard und eine fanslobe mini map fehlt natürlich auch nicht und schnee genommen probierungen auch nicht dann hätte ich gesagt beginnen wir direkt hier vorne hier wurde es nicht weiter gebaut hier sparen die autos einfach hier war ja man fährt ja irgendwie eh nicht entlang wenn man hier spielt ja also hier autos hier ein großer stau teich und hier das dorf und ja mein supermarkt ja auch schon dann die erste bahn tankstelle fällt auch nicht hier jetzt durch hier stehen noch mal häuser und für die straße hier weiter hier oben sporen die autos drauf die fahren dann hier runter zack 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 jetzt haben wir eine massenkarambulage so hier geht eine straße weiter hier haben noch ein paar häuser eine brücke und hier ein tunnel und hier ein wasserfall beginnen wir dann direkt hier mit dem dorflift das ist ein kleiner schlepplift der sogar abgebügelt ist der bis oben hin führt sozusagen ein kleines kinderland die kann man es entweder hier wieder zurückfahren oder hier zunächst den bahn runterfahren hier haben auch noch eine pistenbully garage mit ein paar pistenbully und einen prinod ja dann haben wir gleich als nächstes die schwarz moos kopfbahn sehr langer name führt dann hier hoch sehr lang die bahn auch bis hier oben hin dann hier oben haben wir dann auch den treff 2000 auch hier kann man sich entscheiden ob man hier links oder rechts runter fährt rechts geht wieder direkt ins tal runter und links geht hier aus herum kann auch noch anders herunter ins tal fahren aber jetzt sozusagen auch ins tal runter hier hinten beim dorf gibt es noch eine auffahrt hier hier gibt es mehrere solche kurven ich weiß noch warum hier schnell liegt an der seiten jeden fall führt es dann hier herum herauf und dann bis hier oben hin hier nochmal parkplatz und eine pendelbahn die bis dort oben hoch führt irgendwie dann die sonnenalp schirmbaar und hier dann die fatzkogel bahn die führt dann hier hoch über ein sehr langes spannfeld hier über zwei stützen drüber und hier oben über eine stütze drüber hier dann rein wo leider schnee drin ist außerdem befinden sich hier auch das fatzkogel panorama restaurant von dieser bahn kann man jetzt auch mit mehreren liften wegfahren hier oben gibt es auch den fernpark dann also hier der fernpark hier gibt es auch ein paar schanzen hier und so ein paar dinge über die man drüber fahren kann und da ist hier unten auch schon ein anderer schlepplift mit schnee und zwar der firmen boden lift der führt dann hier und dann einfach bis hier oben hin wenn man weiter runter fahren möchte install werden hier entlang hier und dann kann man entweder links oder rechts fahren geht einfach nur ein bisschen außen herum variante rechts und geht dann auch wieder eine kleine piste zusammen hier dann auch schon zum alpenrosen lift der führt dann hier hoch hier auf und dann hier durch die station durch ok ich glaube da ist noch ein fehler passiert nein hier ist tatsächlich kein fehler passiert die liefde kann man hier upgraden also entweder hat man den dann oder den anderen ich habe es beide gekauft da man alle liefde sehen möchte dies hier gibt hier geht dann die piste weiter runter weiter 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 und haben wir auch schon die nächste bahn namens fallbach leider nicht falsch brach nur fallbach führt dann hier hoch hier gibt es anscheinend auch einen kleinen mittelausstieg der aber nicht im betrieb ist geht dann hier weiter und dann bis hier oben hin hier oben haben wir auch dann die erfurter hütte und hier drüben befinden sich auch schon die gams karbahn die führt dann ziemlich auf der gleichen trasse wie der schlepplift hier neben hoch dann bis hier oben hin hier gehen wieder auch natürlich mehrere pisten weg entweder hier und dann links und rechts und dann hier herum und dann kann man auch schon wieder hier unterfahren zur nächsten bahn namens rinnenkopf bahn ja hier ist jetzt sind es zwei in einander damit die rinnenkopf bahn und einen 2 clf ich glaube die heißen beide gleich ja die heißen beide gleich kann entweder zwischen dem 2 clf oder dem 4 clt entscheiden hier genau links und rechts zwei pisten unter wo man dann zwischen mehreren abfahrten auswählen kann hier für den fernpark haben wir hier noch den schrotten lift der führt dann hier hoch und dann bis hier oben hin wie gesagt jetzt der fernpark oder fans lob fernberg war oben hier herum und dann kann man hier die runde fahren hier durch einen tunnel durch und dann hier wieder raus hier unten hier befinden sich dann auch noch der fichter lift ist auch wieder ein kleiner schlepplift einfach bis hier oben hin führt hier unten drunter nicht auch noch eine piste die wieder hier durch zwischen häusern durchgeht und dann wieder hier ins tal führt hier unten im tal haben wir auch noch die rotis schießtube so und das war's dann auch schon mit dem mod review ich hoffe es gefallen ja dann schreibt eure meinung gern zur map in die kommentare und zum video und dann ciao leute und bei